hallo und gute zu einer neuen ausgabe von schocki banuki daily heute mit mark und christian hallo macht heute am 4 februar da hast du mitgebracht ich habe euch ein geburtstagskind mitgebracht und zwar heute geburtstag oder hätte geburtstag am 4 februar 1929 der eduard zimmermann von aktenzeichen von aktenzeichen xy ungelöst ganz genau ein großartiges format kultur was damals seinesgleichen gesucht hat es gab es vorher einfach damals so nicht im fernsehen damit rauskam und ich glaube in einer der ersten sendungen haben die auch direkt einen dicken mordfall aufgelöst das war letztens genau hast du auch von diesen von diesen gerne auch in so adc genau genau und das wurde direkt innerhalb von 13 stunden oder so wurde das ding komplett aufgelöst also wahnsinn und seitdem natürlich eine erfolgsgeschichte ja ja läuft immer weiter läuft immer weiter ja gutes gutes format gutes format am 4 februar 1825 war die februarflut februarflut auch bekannt als die halligflut verursachte schwere schäden an der gesamten nordseeküste teile von sylt wurden ins meer gerissen also ein trauriger tag ein trauriger tag aber hat auch seinen jahrestag heute am 4 februar hui tja da ist den übergang zu finden dann sei es mir wichtig den ball spiele ich gerne an mich weiter okay dann machen wir nichts mehr sondern kommen einfach zu einem fakt des tages ist in nevada gibt es eine geisterstadt namens berlin berlin die geisterstadt da frage ich mich natürlich haben die da auch einen flughafen und wurde der zu ende gemacht ja also wenn ihr mal in nevada hat vielleicht habt ihr mal berlin gesehen schreibt es morgen in die kommentare rein ob ihr da schon mal wart und wie es da aussieht und ob die in flughafen war da ja ohne flughafen wobei es ja mittlerweile billiger berlin abzubauen und neben kassel calden aufzubauen das wäre was kann man machen sollten wir mal drüber nachdenken sollten wir mal drüber nachdenken tja in diesem sinne ihr lieben bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal